Ich lese das Solinger Tageblatt von Freitag den 10. Dezember, nee Freitag den 20. Dezember, Entschuldigung, das ist diese Zeitung und auf dem Titel gibt es eine Statistik wo am meisten Schokolade gegessen wird, das ist hier. 8,8 Kilogramm ist jeder Schweizer im Schnitt pro Jahr, die Deutschen schaffen es mit 7,9 Kilogramm auf Platz 3, wo am meisten Schokolade gegessen wird. Schokoladenverzehr pro Kopf in Ländern weltweit 2017 in Kilogramm. Schweiz 8,8, Österreich 8,1, Deutschland 7,9, Irland auch 7,9 und hier steht wieder Großbritannien und ich möchte an der Stelle sagen, es heißt nicht Großbritannien, es ist das Vereinigte Königreich und das hier ist keine Zeitung, das ist ein Haufen Scheiße, schon allein weil hier wieder Großbritannien steht. Es ist abartig mit dem Blatt. Bah, ihr seid so scheiße bei einem Solinger Tageblatt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das heißt Vereinigtes Königreich, United Kingdom. Kein Mensch weiß, warum ihr zu doof seid, einen Ländernamen dahin zu schreiben. Ich hab die Schnauze voll von euch.